Zurück zu einer neuen Folge Almasra Warzone 2.0 In der letzten Folge 5 Kills fand ich extrem nice, also das ist jetzt nach der Runde aufgenommen nochmal, denn habt ihr wenigstens nochmal was für zwei Tage, nicht für einen Tag. Ja, ich mach's mir extrem stressig, ich weiß, ich brauch halt ein paar Warzone Videos, um 22 Uhr muss ich ja das nächste Video hochladen und zwar Horizon Zero Dawn, in der Complete Edition, bla bla bla. Und, ja, gucken wie die Runde endet, entweder werden es jetzt zwei Runden oder es wird wieder eine komplett geile Runde mit, keine Ahnung wie viel Kills. Also wenn ich 10 würde, schaffen würde, dann wäre das mein neuer Kill-Rekord. Meiner liegt jetzt bei 5, von 3 oder 4 auf 5. Ei, 2 Kills mehr. Ne, warte mal, 4 habe ich ja in, also in Wiederbelebung wäre mein Kill-Rekord auf 4. Bei Almasra war ich, glaube ich, immer auf 3 und jetzt bin ich auf 5, das heißt, ich habe 2 Kills mehr. Kill-Rekord 5. Ach, Junge, ist das peinlich. Bein, man ist schon topf, also. Wartung, das war SnapShat. Ok, ok, bin ich so fett? Bin ich so fett? Ich bin gerade da durchgeknallt. Junge, vorm Schuh bin ich... Er hat mitgemacht, er hat mitgemacht. Er hat mitgemacht. Junge PS1 schon wieder, oh mein Gott. Ach guck mal, da bin ich mit meiner fetten Rüstung. Zwei Mini-Katana, aber so eine fette Rüstung, halt. Digga, spielt der einen den Kannibalen oder warum hat er sowas in seiner Fresse kleben? Junge. Weiter zur Sicherheitszone. Ok. Hab ich zwar auch noch nie gemacht, aber ok. Ich bin dafür. Ah gut, auch persönlich gesagt, würde ich mir sagen... Wieso wollte ich ganz kurz meinen Fall schon nicht mehr öffnen, was war das? Warum hänge ich jetzt in der Mauer? Ich hab keinen Bock auf der Mauer auf der Mauer zu spielen. Tut mir leid, aber so ist es eben. Tut mir leid, aber das ist meine Haus. Ich muss... Ich hab mal vor... Vielleicht... Ich überleg, vielleicht mach ich's mal nach der Runde... So eine Runde zu machen, wo ich sterbe und denjenigen zugucke... Wie soll man so schnell... Das Einsatzgebiet aus. Unten bleiben oder im Wasser verstecken. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, man hat schon recht, dass man manchmal... ... ... ... ... ... ... und zu leute überfahren muss aber das ist nur los und so habt ihr mich verstanden nirgends woanders nur so ich mache das aber nur in wo und wo wirklich in anderen spiel wie bei uns und so würde ich es nicht machen weil so raubst du schnell den spaß in einem spiel frau ich nicht man eigentlich will ich will meine hallo meine moni hat keinen bock mehr ok verstehe ich ich steige heil ich hab Angst oh Gott ich bin ich bei dem eingeschickt darauf zu hupen ich hab was gehört aber wahrscheinlich ist das wieder diese scheiße das ist ein sehr nettes los ok was hat das da drin zu suchen verstärkungsignal ach so wiederbeleben ok das ist das da das ist praktisch aber dann mache ich das kurz haben mich das mit füllen meine muni auf so schrumpfen ist auch wieder voll geladen gut ich mag diese schrumpfende persönlich in dem spiel ist egal Junge es wird einfach noch krasser ist das hier eigentlich so schon wieder nichts verlevel ist das ein schlonggewehr oder ist das eine maschinenpistole maschinenpistole mit laservisier ok ist immer besser aber die shotgun behalte ich natürlich das haus war ein bisschen trash warum gehe ich eigentlich immer mit maschinenpistole rein der schrumpfende reingehen ist irgendwie warm so 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 Das ist krass. Hä? Ich hab doch auf ihn eingeschossen. Ach ja. Egal. Ach ja. Ich hab auf ihn eingeschossen. Wieso? Das akzeptiere ich nicht. Ich schieße auf ihn. Passiert nichts. Kann ich ja quasi sagen, wenn ich jemand mit einer Kugel abknalle, passiert gar nichts. Wie, schon wieder? Ist der aus der letzten? Ist der aus letztes Mal oder ist das ein komplett anderer? Ich bin dead. Eventuell brauche ich wieder auf Wiederbelebung. Mann. Ich bin tot. Warte mal. Willst du mich verarschen? Wo ist grün? Okay, ist schon wieder so ne Runde. Mit R1 ist das gar nicht so. Junge, grün. Guck mal. Oh, oh, Lieder. Lieder. Ganz gefährlich. Aber man sieht, pink hat deutlich weniger... Und grün. Grün. Äh, nicht grün. Äh, gelb ist raus. Auftrag gescheitert. Ziel verloren. Und fragt mich nicht, wieso ich immer grün sage. Zu... zu pink. Erstmal Selbstmord machen. Let's go. Wenn das in einem Flugzeug wäre, wäre das geil, aber... Er entscheidet sich sogar, mich oder den anderen wiederzubeleben. Mich? Finde ich eigentlich richtig... Nicht komplett richtig, aber ihr wisst doch, was ich meine. Ich hab'n Kill. Was? Ich hab'n Kill? Er ist gestorben? Ja, genau deswegen hau' ich ab von grün. Irgendwas ist bei pink passiert. Guck mal so sein. What the fuck? Warum ist bei ihm alles... Ach, schütter. Es gibt's ja zwei Preise, aber warum ist der eine... Ich wüsste erst eine in dem pink... ins P... in... eh, ich kann gar nicht mehr... Ja, ja, was denkst du, was ich hier vorhabe? Töcher! Oh mein Arm. Der Arme. Wir müssen uns alle wiederbeleben. Aber er ist ein Ehrenmann eigentlich. Recht, wenn man sowas bedenkt. Das machen nur Ehrenmänner, also... Ehrenmänner Galaxy. Hätte ich Munition, dann wär alles gut. Wie kostet nochmal meine Primärwaffe, die ich immer habe... ist... ähm... Ich würde ich mehr benutzen wollen. Ich glaub sogar die... Ausstattung... Maske. Es ist nicht mal Munition hier. Fass ich nicht. Bisschen traurig. Nicht mal Munition. Hey, ich hab nicht mal Muni. Was sind die denn jetzt? So schnell dahin! Ich bin hier noch am Munition sammeln und die sind jetzt schon fertig. Und ich hau hier auch ab. Ich hab keinen Bock zu sterben. Ich bin schon ein aus der letzten... Ich hab' mich getrappen! 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 Warum?! 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 Warum passiert mir immer das?! Ich hab' mich ja durch! Ich will nicht! Ich hab' die ganze Dronen in diesem Sektor! Achtung, ein Teil des Teams ist... Baaaah! Baaah! warum passiert mir immer das immer mir und wieso mache ich dann marken mit dem mit dem der ist am Arsch ich bin am Tod war gut war doch nur Glück dass ich eine Noob Runde letztens bekommen habe oder? Digger Gabe ist einfach immer noch da Gelb Hör doch auf Gelb was tust du? Oh Gabe ist auf Kau Okay Komm Pinke hier glauben alle an dich Komm Mika Das eigene einer in seiner Nähe Ja genau Die da Aber er braucht ja jetzt Geld ne Ah shit 3.000 braucht er mindestens 6.000 um 2 wieder zu verleben ne Und weil Gabe verlassen hat Weil man das hier jetzt erkennt Beim Schädel und das andere Er hat verlassen Ist ja so gesagt jetzt nur noch eine Ablenkung Das heißt du kannst sie nur noch zur Ablenkung benutzen Applaus, Applaus Ich würde die Shotgun lieber nicht mitnehmen Na gut ich war bisschen dumm Bin schnell gestorben Ich würde mir sagen belebe erstmal den Grün wieder Weil der Grüne ist schon bei 600 Weil der hat auch komisches Internet der Typ ne Der Pinke Ich würde mich lieber beeilen Weil sonst Dad Irgendwie hat der Pinke Glück Was soll das Das bis jetzt geilste Team was ich jemals gesehen habe Ist einfach das da 2.000 finde ich noch Oh oh ihr zwei so Nicht schießen Nicht schießen Wenn ihr jetzt schießt haben wir verkackt Junge wenn ihr jetzt schießt Das hätte er verkackt Keine Sniper für dich Nein Du hast schon einen wahrscheinlich Keine Alter Junge da ist doch nichts Du kannst ja eh nichts sehen Weil da ein Baum ist Okay grün und ich Also sind wir nur noch im Trio Trio und Rui Und da ist jemand drin Geil wie der da einfach stand Kein Fehler macht kein Fehler Und Alter Pink ist so der Ehremann Geil ist aus So was soll ein geiles aus Wohl ist eine modifizierte Pistole Trotzdem muss ich mal kurz was machen bevor es weiter geht Feindliche Drohne aktiv Okay Pink ist wieder am Schnitzel Am Überleben Ja geil ich hab noch ne Kanone Ich hab noch ne Kanone Und das so Nix Markiere Feind Das Gas nähert sich Erreiche die neue Sicherheitszone Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs Feindliche Drohne in der Luft Nein 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 Musik komm schon Putschinn ich hab nicht gesehen gott nikimin arsch habe ich gesehen ich habe gerade keine ahnung was sie da gemacht haben ich habe gespräch gesprächsstunde also gesprächsstunde gestartet die haben geredet was sie als dieses plan für ihr nächstes für ihr nächstes attentat was für ein lehrer tut mir leid aber was für ein lehrer was für ein lehrer ok